Heute stelle ich dir neun sichere Qualitätsaktien für die Ewigkeit vor, die sich perfekt für eine sorgenfreie Buy-and-Hold-Forever-Strategie eignen. Bei diesen Aktien haben Anleger aus meiner Sicht langfristig das beste Chancen-Risiko-Verhältnis und müssen sich keine Sorgen machen, wenn die nächste Krise vor der Tür steht. Aber was macht eine Qualitätsaktie für die Ewigkeit aus? Erstens ein konstantes Gewinn- und Umsatzwachstum. Zweitens eine hohe und konstante Profitabilität. Und drittens ein bärenstarkes Geschäftsmodell mit einem weiten Burggraben. So haben diese Unternehmen oft starke Wettbewerbsvorteile und eine sehr hohe Marktmacht. Da wir bei Qualitätsaktien oft ein konstantes Gewinnwachstum haben, lohnt sich auch ein Einstieg zu nicht ganz so günstigen Kursen, da der Aktienkurs langfristig dem steigenden Gewinn folgt. Wer aber seine Renditen maximieren möchte, sollte natürlich möglichst günstig in diese Aktien einsteigen. Ich persönlich warte also noch ein bisschen mit meinen Investitionen, habe aber auch einige der Aktien aus diesem Video auf der Watchlist. Fangen wir also mit der ersten Aktie an. Die meisten werden das Unternehmen vom Begriff her kennen, werden aber wahrscheinlich weniger das Unternehmen dahinter kennen. Das Unternehmen heißt S&P Global und bietet Finanzinformationen, Forschung und Analytikdaten an. Viele von euch werden sicherlich den S&P 500 Index kennen, welcher von Standard & Poor's, einer Tochtergesellschaft von S&P Global, ausgegeben wird. Standard & Poor's ist eines der bekanntesten Ratingagenturen und bewertet unter anderem die Kreditwürdigkeit von Unternehmen, Staaten und auch von Anleihen. Neben dem Ratinggeschäft werden noch Marktforschungsberichte und Analysen angeboten. S&P Global bietet die Dienstleistungen auch zum Teil im Abo-Modell an, das heißt also wiederkehrende und sichere Einnahmen. So ist das Unternehmen unglaublich gut diversifiziert und auch sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Bei allen Aktien werde ich euch in diesem Video am Ende immer eine kleine Kurzübersicht mit einer Umsatz- und Gewinnentwicklung hier einblenden. Entscheidet aber einfach für euch, ob es eine Aktie für die Ewigkeit ist oder nicht. Für mich ist das Unternehmen ein Top-Qualitätsunternehmen für die Ewigkeit. Weiter geht es mit der zweiten Aktie. Wie könnte es anders sein? Auch dieses Unternehmen ist ein weltweit führendes Unternehmen, aber diesmal in der Gesundheitsbranche. Stryker ist ein führender Hersteller für medizintechnische Geräte und Ausrüstung, die überwiegend in Krankenhäusern genutzt werden. Die gesamte Produktpalette aufzuzählen würde hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber wichtige Produkte sind hier orthopädische Implantate, darunter künstliche Gelenke, Schrauben und medizinische Nägel. Auch ich habe zum Beispiel ein Implantat in der Hand und ich könnte wetten, dass dieses auch von Stryker ist. Das Unternehmen bietet aber auch Instrumente und Roboter an, die bei Operationen genutzt werden. Stryker hat eine enorm starke Marktposition und es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Unternehmen irgendwann verdrängt wird. Zudem wird das Unternehmen seine Marktstellung mit der laufenden Forschung und Entwicklungsarbeit weiter verteidigen können. Hier siehst du die Umsatz- und Gewinnentwicklung, die die Qualität des Unternehmens nochmals verdeutlicht. Für die Zukunft gehe ich persönlich von einer vergleichbaren Entwicklung aus. Wer einen günstigen Einstieg in diese Aktie schafft, wird diese wahrscheinlich so schnell nicht mehr hergeben. Die dritte Aktie mag etwas ungewöhnlich erscheinen. Chipotle ist eine amerikanische Fastfood-Kette und bietet mexikanische Spezialitäten an. Die Restaurantkette ist eines der ersten Fastfood-Restaurants, das sich auf gesunde Bio-Zutaten spezialisiert hat. Kunden können hier Burritos, Tacos und gemischte Bowls bestellen. Je nach Kundenwunsch können diese auch selbst zusammengestellt und auch angepasst werden. Mit dem vergleichsweise gesunden Fastfood hat Chipotle voll ins Schwarze getroffen und das Unternehmen wächst wie Unkraut. Das Unternehmen betreibt mehr als 2.900 Restaurants in den USA und hat etwa 44 Lokale weltweit. Das Geschäftsmodell ist extrem erfolgreich, was man auch anhand der Umsatzentwicklung ablesen kann. Für mich ist Chipotle tatsächlich schon fast eher eine Wachstumsaktie nach Peter Lynch. Aber da das Unternehmen den Gewinn so nachhaltig steigern kann, würde ich das Unternehmen auch als Buy-and-Hold-Aktie für die Ewigkeit durchgehen lassen. Ob ein Unternehmen übrigens einen Burggraben hat, kann man hier auch ganz schön anhand der langfristigen Ertragsfähigkeit eines Unternehmens ableiten. Chipotle hat in den USA ähnlich wie auch McDonalds eine sehr starke Marke und eine hohe Kundenbindung, weswegen das Unternehmen auch hier so erfolgreich ist. Aktie Nummer 4. Hier bin ich erst selbst vor kurzem eingestiegen und baue derzeit meine Position über einen Sparplan jeden Monat weiter aus. Auch die Investmentlegende Warren Buffett ist erst kürzlich eine milliardenschwere Position in das Unternehmen eingegangen. Das Unternehmen hat einen gewaltigen Burggraben und eignet sich bestens für eine Buy-and-Forget-Strategie. Die Rede ist von Taiwan Semiconductor Manufacturing oder kurz einfach nur TSMC. TSMC ist ein führendes Unternehmen in der Halbleiterfertigung und produziert die fortschrittlichsten Computerchips der Welt. Mittlerweile forscht man zum Beispiel an der 3 und 2 Nanometer Prozestechnologie, aber aktuell sind noch die 5 Nanometer Chips die wichtigsten Umsatztreiber. Halbleiterchips werden in allen möglichen Geräten eingesetzt, von Computern, von Smartphones bis hin zu Autos, Mikrowellengeräten und auch medizinischen Geräten. So lassen unter anderem Apple und auch Nvidia ihre Chips bei TSMC produzieren. Kein anderes Unternehmen kann diese Dienstleistungen in einem vergleichbaren Umfang anbieten. Somit hat der Halbleiterfertiger auch eine sehr sichere Kundenbasis. Das Unternehmen expandiert auch laufend. So hat das Unternehmen eine 40 Milliarden US-Dollar schwere Produktionsstätte in den USA eröffnet. Die Investition von TSMC ist eine der größten ausländischen Investitionen in der Geschichte der USA. Und das zeigt, was für eine gewaltige Ertragskraft hinter dem Unternehmen steckt. Hier blende ich dir noch die Umsatz- und Gewinnentwicklung ein. Mit einer operativen Marge von 33% ist das Unternehmen auch hoch profitabel. Für mich ist TSMC neben ASML eines der besten und sichersten Aktien im Halbleiterbereich überhaupt. Weiter geht es mit der Aktie Nummer 5, ebenfalls ein führendes Halbleiterunternehmen. Es ist aber nicht ASML. Die Aktie Nummer 5 ist eines meiner persönlichen Lieblingsaktien und neben Adobe auch eine meiner größten Positionen im Depot. Das Unternehmen heißt KLA und bietet führende Prüf- und Inspektionslösungen für die Halbleiterindustrie an. Mit den Produkten können Unternehmen wie TSMC die Chip-Produktion überprüfen und so die Qualität der Produkte gewährleisten. Zu den Produkten gehören dann Wafer-Prüflösungen, optische Inspektionssysteme und andere Prozesskontrolltechnologien. Da KLA Marktführer ist und die beste Technologie anbietet, ist das Unternehmen auch relativ sicher vor Konkurrenten. Die marktführende Stellung spiegelt sich auch in der Umsatz- und Gewinnentwicklung wieder. Insbesondere durch die Digitalisierung wird KLA in den kommenden Jahren noch weiter stark wachsen können. Vier Aktien habe ich heute noch für euch. Auf Platz Nummer 6 haben wir ein führendes Bio-Pharma-Unternehmen, das sich auf Arzneimittel und Therapien für sehr schwere und komplexe Erkrankungen spezialisiert hat. Epwe ist ein Experte für Autoimmunerkrankungen und Krebstherapien. Zu den wichtigsten Produkten gehört Humira, ein Medikament zur Behandlung von Arthritis. Wir Kira, ein antivirales Medikament zur Behandlung von Hepatitis C und die Produkte Imbrovica und Venclexstar, welche zur Krebsbehandlung eingesetzt werden. Durch diese Produkte hat Epwe einen klar abgesteckten Burggraben. Sicherlich wird das Unternehmen auch in der Zukunft noch viele weitere interessante Medikamente auf den Markt bringen, die zur Behandlung von schweren Erkrankungen eingesetzt werden können. Nun kommen wir zu den letzten drei Unternehmen. Aktien Nummer 7 ist das weltweit größte Unternehmen für Zahlungsdienstleistungen. Visa bietet das größte Zahlungsnetzwerk der Welt an und ermöglicht so Zahlungen in jedem Winkel dieser Erde. Das Unternehmen bietet also ein Zahlungssystem für Banken an und verdient dann mit jeder Transaktion Geld. Ein äußerst lukratives Geschäft, so liegt die operative Marge von Visa bei über 60%. Es gibt nur sehr wenige Unternehmen, die so hohe Margen haben. Mit einer starken Marke und als Marktführer in den USA im Bereich der Kreditkarten ist Visa bestens für die Zukunft aufgestellt. Sollte sich in den kommenden Monaten nochmals ein günstiger Einstieg ergeben, werde ich hier definitiv zuschlagen und in diese Qualitätsaktie investieren. Für mich ist Visa eines der besten Aktien überhaupt. Eine weitere Qualitätsaktie für die Ewigkeit ist Nike. Das berühmte Logo wurde übrigens von einer Grafikstudentin für nur 35 Dollar entworfen. Zudem hat man ihr dann später in den 80er Jahren ein Aktienpaket im Wert von rund 150 Dollar geschenkt. Klingt zwar nach sehr wenig Geld, aber der Aktienkurs hat sich seitdem so gut entwickelt, dass genau dieses Aktienpaket heute 3,7 Millionen Euro wert ist. Besonderen Erfolg feierte das Unternehmen 1984, als das Unternehmen die Basketballlegende Michael Jordan unter Vertrag nahm und die ikonische Air Jordans auf den Markt brachte. Und genau dieser Deal soll dem Unternehmen mehrere Milliarden Dollar eingebracht haben. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine sehr starke Marke aus. Insbesondere die Schuhe von Nike sind Kult und ich habe auch keinen Zweifel, dass die Marke noch viele Jahre lang zu den Top Sportartikelherstellern gehören wird. Aktien Nummer 9 haben wir keinen reinen Marktführer. Nein, wir haben ja einen richtigen Platzhirsch im Werbegeschäft. Alphabet ist die Muttergesellschaft von Google und ist quasi ein Monopol im Werbemarkt. So wird geschätzt, dass ca. ein Drittel des gesamten Werbemarktes in der Hand des Giganten liegt. Allerdings schwindet die Marktmacht etwas und der Tech-Krise ist leicht angeschlagen. So gibt es viele Konkurrenten, die derzeit auf den Werbemarkt drängen. Netflix, Apple, Microsoft und viele weitere Unternehmen versuchen ein Stück vom Kuchen zu ergattern. Ich bin aber zuversichtlich, dass Google auch hier noch viele Jahre lang die Nummer 1 bleiben wird und Alphabet zählt für mich zu den sichersten Aktien der Welt. Das Unternehmen ist mit der Google Cloud auch ein wichtiger Player im Cloud-Geschäft. Bis zum Jahr 2026 könnten sich die Ausgaben für Cloud-Anwendungen sogar verdoppeln, was noch einiges an Wachstumspotenzial für Alphabet bedeutet. Hier hat das Unternehmen auch bereits sehr viele starke Kunden. Neben der Google Cloud arbeitet das Unternehmen auch an den Problemen der Zukunft. Mit der Firma Calico erforscht man unter anderem, welche Krankheiten mit dem Alterungsprozess einhergehen, mit dem Ziel ein gesünderes und längeres Leben zu ermöglichen. So können Aktionäre von Alphabet noch besser von langjährigen Renditen bis ins hohe Alter profitieren. Das waren meine Qualitätsaktien für die Ewigkeit. Schreibt gerne noch eure Aktien mal unten in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren. Wer jetzt noch das Beste aus seinen Investitionen rausholen möchte, sollte noch in der Lage sein, den fairen Wert einer Aktie zu berechnen. Wenn du nicht weißt, wie man den fairen Wert einer Aktie in weniger als zwei Minuten berechnet, dann klicke am besten jetzt auf dieses Video.